Hallo, 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 meine lieben Freunde und herzlich willkommen endlich wieder zurück zu WWE King of, äh, Quatsch, WWE 2K16, unserem kleinen King of the Ring-Turnier, was wir hier noch zu Ende bringen müssen. Endlich geht's hier weiter, wie ihr schon lachen gehört habt, ist der Arivano auch wieder gestartet? Ja, hallo, und ich muss sagen, mega geil, wieder super, man weiß, was man spielt, aber dann, wenn's so weit ist, dann auf einmal, da war doch was anderes. Äh, ja, genau, und wir, ähm, haben's auch lange nicht mehr gespielt, das Spiel, muss man sagen. Ja. Die Steuerung reinkommen. Ich bin noch in UFC eingespielt, ich bin gespannt, krieg mir schon auf die Fresse jetzt. Aber egal, wir machen uns noch zu Ende weiter, wir sind schon fast, also ich weiß gar nicht, welche Runde, wir sind dritte, vierte. Das ist die, jetzt noch die Runde, also, es sind, werden noch insgesamt noch ein paar Matches, oder? Ich kann's ja mal kurz nachzählen, eins, zwei, drei, vier Matches, fünf, sechs, sieben, acht Matches, neun, zehn, elf, zwölf Matches werden's noch. Oh, doch noch ein bisschen was, okay. Und ein, ja, ach so, ich hab was vergessen, das kann ich ja dann noch nach der Aufnahme machen, ist gut. Okay, dann, du bist auf der rechten Seite, und zwar, äh, mein, äh, den ich auswählen muss, seht ihr hier, und der liebe, äh, Revano ist der Darren Young. Darren Young, denn mit dem war ich auch ziemlich gut. Und ich muss vielleicht auch gleich mal noch dazu sagen, ähm, ich hab jetzt so bei mir mein System auf Windows 10 umgestellt und sowas, das ist ein bisschen soundtechnisch anders, äh, falls irgendwas ist mit dem Sound hier, dass ich zu laut bin, zu leise oder sowas, dann verzeiht mir das, ich mach jetzt diesen Part und dann am nächsten Part werdet ihr dann, entweder, entweder ist es schon so gut, wie es ist, soundtechnisch, oder, ich bin halt noch ein bisschen am probieren, weil, die Umstellerei hat hier alles durcheinander gebracht, aber ist ja wurscht. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, okay, dann. Darren Young gegen, oh man, ich hoffe, man, man, man. Christian, oh shit, mit dem war's doch auch immer sehr gut. Richtig. Zwei Technical, Technical Warriors. Oh yeah. Und der Darren Young, der sieht, ah, der, der sieht, hm, mit dem war ich auch gut, also ich, ich hoffe, hoffe und hoffe, dass ich mit dem weiterkomme und der Christian muss weg. Oh, das wird spannend. Ja, liebe Freunde, jetzt ist das klar, weil wir sind jetzt so weit gekommen, mittlerweile ist es so die nächste Wester gekommen. Das Problem ist, das Problem ist, du hast jetzt, äh, das Delay wieder auf deiner Seite. Ja. Das heißt, für mich, äh, ich werde wieder abkacken, weil sobald kein Delay ist und man normal reagieren muss, normalerweise, dann, äh, sieht Rivalen gar nicht so gut aus. Bin ich leicht verwirrt, ja. Bam, hast du verdient, Junge. Hä? Hä? So, was haben wir denn so Schönes? Oi. Boah, halb ich mir das jetzt noch. Ach, du bist, du bist. Ha! Oha, du hast mir eine verpasst, du. Drecksack. Der Onkel ist ein Schläger, aber ich komm raus. Korrekte Sache hier. Ah! Kupseler. Zack, Nackenpraller. Und, was haben wir jetzt? Ah? Und nochmal. Bam! Schönes Gerät, schönes Gerät. Komm her, mein Freund, ich helfe dir hoch, gar kein Problem. Geh mal wieder los hier. Oh, jetzt hat er mich wieder. In den Ring her, mein Freund? Ja, das geht noch, das geht noch. Aber die anderen Sachen... Aua! Ey, hallo. Kann ich auch, mein Freund. Reiß dich mal zusammen. Ich hab ihn mal hingelegt für dich. Ich muss erst mal gucken, wie das wieder geht mit den Blocken. Ich bin immer noch mit der anderen Taste beschäftigt. Ich hab grad das Gefühl, dass dieses Spiel sehr leise ist. Echt? Okay. Oh, das seh ich dann, wie gesagt, nach der... Guck ich mir den Part hier nochmal ganz kurz rein. Ja. An. Und ab nächstem Part wird dann alles ausgebügelt sein. Oh, oh. Ha! Nein, heute nicht. Hahaha. Geil. Und wir laufen wieder, machen Blödsinn hier, liebe Freunde. Ich weg schon. Hahaha. Jedenfall. Na? Bleibst du unten? Ja! Ach, der Killerwürger. Ne, doch nicht. Oh, das war ne gute Aktion. Ui. Da steht er direkt auf und... Ja, das war ne sehr gute Aktion von dir. Hahaha. Das war hervorragend. Ja. Ah, ich musste Christian raushauen. Tut mir leid. Das geht gar nicht. Aber ich merk sofort, kaum hab ich wieder Delay... ...komm ich wieder mit dem Blocken zurecht. Hahaha. Vielen Dank für das Game. Das war an meiner Seite. Aber das heißt natürlich, nichts Gutes. Das heißt einfach bloß, dass deine Reaktion voll für den Arsch ist. Ja. Stimmt allerdings. Allerdings. Aber so langs mich nicht zu gewinnen. Na gut. Aua. Das hab ich aber nicht... Das stand nicht so im Drehbuch. Hä? Was war das jetzt? Ja, meine Aktion hat sehr lang gedauert. Ja, das sah jetzt echt lustig aus. Hahaha. Ja, das ist gut. Na ja, ich geh mal alles durch, was ich hier so anzubieten hab hier. In meiner Schublade an Schmerzen. Und teile das mal alles aus, ja. Ja. Und ich hab grad echt vergessen, meine lieben Freunde, was ich für einen Finisher hab. Das hab ich echt vergessen. Mhm. Ist doch gut. Oh. Das tut weh. Mhm. Mhm. Ja. Bam, Junge. Kriegst gleich drei davon. Uh. Mhm. Oh, meiner ist schon müde. Ich bin schon schlapp. Meiner ist schon echt schlappig. Oh, yeah. Eingeladener Finisher. Bitte, 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 bitte. Jau. Da geht grad gar nichts. Hahaha. Macht nix, trink, du mal Kaffee. Ich mach den Match hier schon. Alter. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Hab ich die erlaubt zu drücken? Hahaha. Ach, Entschuldigung. Ja. Unglaublich. Ich verzeihe dir grad nochmal eben. So. Ja. Macht aber alles nix. Weil. Oh. 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 Immer schön in die Rippen rein. Die Bauchmuskeln müssen strapaziert werden. Oh, oh. Er kontert. Ich hab er in die Rippen. Scheiße. Ich dachte, was das denn für eine Scheiße wieder. Und dann rennt er mich einfach um wie so ein Ochse. Wieso? Hau ab. Oh, guck mal. Meiner ist so schlappig. Ich hab dich die ganze Zeit bearbeitet. Und trotzdem musste ich meiner schon an die Seile hochziehen. Ja. Ja, das Bearbeiten kostet auch Energie. Ja, aber trotzdem. Die müssen. Die sind dafür durchtrainiert, die Jungs. Die müssen halt abkönnen. Müssen die nicht. Ding. Oh nein. Das war nicht so gut. Oh. Okay, jetzt haben wir uns gegenseitig hin und her gewoppelt. Okay, mach ich jetzt einen Move oder hab ich dich nur gezogen? Ne, ich mach einen Move. Oh. Ich spüre förmlich, wie die Hand wehtut. Hehehehe. Naja. Ja. Mega übel. Auch wenn, auch wenn der, ich mich selbst zu Tode verletzt hab. War das auf jeden Fall eine gelungene Aktion. Jetzt kommt eine von ganz oben. The Big Harry Knight Mega Machine Sprung kommt jetzt. Hi, you good. Ja. Diese Schmerzen, die ich dir zufüge. Wo sie die Block-Shit wieder reinkommen. Ja. Glaube ich auch. Nein, er blockt mehr ein S9. Diese Schmerzen. Oh, jetzt hat der das ein F auch noch. Ja, sicher. Oh, jetzt hab ich nicht geklappt, oder? Oh. Oh. Oh, scheiße. Ah. Scheiße. Scheiße. Komm schon. Nein. Nein, der war so groß. Das ist, das ist die ganze Zeit so. Weil ich Christian hab, ist die ganze Zeit so. Ich seh so schlecht aus mit dem. Und dann mach ich eine Aktion, ein paar F und raus. Die ganze Zeit. Mann, ich war doch am Gewinn. Rotze. Ja. Scheiße. Mann, das war noch so groß das Feld. Aber ich hab zu schnell gedrückt. Ich muss mich erst mal wieder dran gewöhnen, an diesen komischen Kampfsystem da mit diesen Drücken. Ah. Das ärgert mich jetzt. Ich war so gut mit dem. Jo. Ah. Verdammt. Jo. Und ich hatte noch so viel Lebensenergie, ich war noch nicht mehr auf Rot. Jo. Es tut so weh. Es tut so weh. War gut, doch, hat mir gefallen. Ja, ja. Okay, mein Lieben, dann war's das wieder für das erste Match wieder nach unserer längeren Pause. Und wir bringen das diesmal auf jeden Fall zu Ende, den ganzen Kram vier. Oh yeah. Zwölf Tage, ne? Oder würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Match. Beim nächsten Match. Ja. Und bis dahin. Tschau's.